Wusstest du, dass du ein unglaubliches spirituelles Potenzial in dir birgst? Mein Name ist Markus, ich bin Reiki Anwender aus Graz in Österreich und helfe dir, das spirituelle Potenzial deines Geistes zu entfalten. Denn du darfst es dir wert sein, tatsächlich über unglaubliche Kräfte zu verfügen und zu lernen, wie du diese anwenden kannst. Like uns zur Seite und ich verspreche dir, dass ich dich mitnehme auf ein spannendes Abenteuer in der Erforschung und Aktivierung deiner persönlichen geistigen Kraft. Abonnier die Seite heute noch und ja, wir sehen uns, wenn du willst, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohenfeste deiner Mystischen Academy. Alles Gute und ciao dabei!